Wir haben uns die Chance zu schaffen und am Ende, heute war nur unser Tag, wir hatten einen schlechten Tag. Es gibt Schmerz, dass in einem wichtigen Spiel, das passiert, aber müssen wir akzeptieren und das ist alles. Patrick Scherer bitte von der Kölner Stadtanzeige. Hi Charby, du hast in dieser Saison sehr, sehr viele gute und richtige Entscheidungen getroffen. Bist du heute auch zufrieden mit deinen Entscheidungen? Siehst du irgendwelche Dinge, wo du sagst, hättest du im Nachhinein vielleicht anders gemacht wollen? Ja, nach dem Spiel müssen wir analysieren, vielleicht war etwas nicht gut, man muss denken und man will analysieren besser. Aber ja, es gab viele Eins-gegen-eins-Situationen, wir haben vielleicht in der ersten Phase zu viele kleine Passe gemacht und heute vielleicht müssen wir ein bisschen länger, aber es ist unsere Art und Weise, wir wollen nicht wechseln, unser Stil. Wir versuchen, nicht wie immer, mit unserem Gameplan zu spielen, aber es hat nicht funktioniert und wir hatten einige Probleme.